Hey, ihr Fortnite-Fans da draußen! Ich bin Beneus für … Ist das noch Humor? Heute geht es wieder um die, wie ich finde, interessanteste Schnitzeljagd, die ich persönlich jemals in meiner Zockerkarriere mitbekommen habe. Es geht um den Dörr Burger, der in der kalifornischen Wüste gefunden wurde. Wie geht es jetzt weiter? Achso, genau! Dazu gibt es neue Informationen, aber zusätzlich habe ich auf Twitter … Was habe ich auf Twitter eigentlich? … der Zuschauer Maxim alles in Bewegung gesetzt, um mich zu erreichen, hat mich per Twitter angeschrieben und hat gesagt, hey, ich bin in Köln, mitten in der Innenstadt, an einer random Bushaltestelle und da steht halt einfach ein Lama mitten am Straßenrand. So völlig ein bisschen abgesperrt, aber steht halt einfach ein Lama. What the fuck? Ich glaube, meine Frisur klatscht. Ich habe mir gedacht, okay, das Lama könnte irgendein random dahingestellt, aber es sieht zu gut produziert aus, um einfach so dahingestellt worden zu sein. Aber da ist auch nichts drumherum, was irgendwie sagen könnte, okay, hier ist jetzt ein großer Fortnite-Stand. Es steht halt einfach ein Lama an der Straße. Das klingt wie ein Anfang von einem richtig schlechten Witz. Okay. Er hat mir auch ein Video geschickt und ich finde es super interessant. Ich habe ihm auch sofort gefragt, hey, steht da jemand von Epic? Ist da ein Schauspieler? Jemanden, der die Schnitzeljagd weiter vorantreibt, die neue Kärtchen in die Hand drückt? Es kann ja sein, dass Epic auch in Deutschland und dem Rest der Welt irgendwas cooles veranstaltet. Wenn ihr also in der Nähe der Kölner Innenstadt seid, dann schaut doch mal vorbei am Neumarkt, mitten in der Innenstadt an der Haltestelle. Dort könnt ihr das Objekt sehen. Ihr könnt mir ja mal weitere Fotos schicken und sagen, ob es das steht, ob da irgendwas dran ist, irgendein Code oder ein Briefumschlag oder ob das einfach der größte Troll der Weltgeschichte ist. Wie gesagt, ich habe keine Bestätigung, ob das Ding wirklich echt ist, aber ich fände es geil. Ihr merkt, wie viel Power ich in diesem Thema investiere, weil es mir so viel Spaß macht. Ich bin 31, aber ich liebe diese Schnitzeljagd-Geschichte und dieses multimediale Drumherum-Gebauer. Ist einfach... Nördlich von L.A. an unserer Lieblingsfundstelle ist auch was passiert. Und zwar ist ein neuer Agent dazu gekommen, ein weiblicher Agent. Und zwar Agent 3742 und der männliche Agent 3678. Und die bewachen irgendwie das Objekt und scheinen es auch zu untersuchen. Und das Lustige ist, das sind halt nicht einfach nur irgendwelche Wachmänner, sondern das sind Statisten, die quasi dieses Rollenspiel, diese Schnitzeljagd weiter vorantreiben. Du musst kein LARPer- oder Pen & Paper-Fan sein, um das zu mögen. Es ist einfach cool, dass Epic Games da Vollpower reinmacht. Und es waren viele Leute vor Ort, die so geheimlich nachts eingestiegen sind, das Ganze gefilmt haben. Diese Statisten, wie gesagt, geben sogar Feedback. Und wir gucken uns jetzt mal eines der beiden Videos an, wo wir als erstes erstmal den männlichen Agenten vor uns haben und gucken mal, wie die Leute interagieren. Für alle, die nicht so gut im Englisch sind, ich hab das mal übersetzt für euch. Aber es ist einfach mega cool. Ehrlich, ich liebe es. Ihr seht, wie ich strahle. Puh. Wie kam das hier? Entschuldigung. Ja? Kennst du irgendwas über Season 5? Season 5 von was? Von Fortnite. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ich verstehe nicht. Warum ist das hier? Warum ist das hier, speziell? Das ist eine sehr gute Frage. Eine, die wir alle versuchen zu answeren. Wenn du mir verletztest, werde ich zurückkommen. Ich werde meine measurementsitzen. Lots of Arbeit zu tun. Okay. Remember, stay safe. And if you start to feel funny, laugh a little. What year is it? What year is it for me? Well, what year is it for you or what year is it for me? For you. I'm not at liberty today. What's that information on this time? When will you be able to give us an answer? I'm actually uncertain. Interesting. If I stepped foot in there, what would happen to me? I would ask you to politely leave. Are you feeling any effects there? No. Are you? No. What do you know about the wormhole in the sky at the anomaly? All I know about the anomaly is right there in front of us. That's it? No, they will speak beyond that. Alright. Do you know about Agent 6483? Not at this time. No. I found an anomaly by a prison. I tried to call, but I didn't answer. How can I get a hold of you? In any other way at all? That's interesting. My suggestion is just to keep trying that number. Keep trying that number, okay. That's interesting. My suggestion is just to keep trying that number. Keep trying that number, okay. That's interesting. I don't know. Do you know anything about the sound? I don't know anything about the sound. I'm here to investigate the anomaly. Okay. So you're an investigator? I'm an investigator. Researcher. Okay. 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 So you can see, let's see, let's see. 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 und meint zum Beispiel, dass der Hashtag der Agent immer mit T9 einen Sinn ergeben würde. Also mit der Handy-Tastatur eingegeben. Ich habe ein bisschen rumprobiert, bin aber an der Stelle noch nicht weiter. Auch hier wieder große Vorsicht. Es könnte auch irgendein Random sein, der das auch erkannt hat und sich den Namen gesichert hat. Also da ist hochvorsichtig mit Vorsicht zu genießen. Könnte auch irgendein Random-Troll sein. Das ist einfach weird. Man merkt halt, wie die Statisten auf das Gespräch zugehen, aber sie auch nicht zu lange volllabern lassen, wenn es langweilig ist, sondern immer nur so kleine Bruchstücke rausdroppen. Ich weiß ja nicht, was für ein Skript sie von Epic Games bekommen haben, aber es ist so irgendwie cool, sich das zusammenzupuzzeln. Und sie gehen zu dir und labern mit dir. Etwas, was eine echte Agenteneinrichtung von einer Regierung nie machen würde. Just saying. Aber letztendlich genau das, was eine gute Schnitzeljagd ausmacht. Das ist so ein bisschen wie ein billiges Escape-Room-Gefühl, nur halt auf ein Computerspiel bezogen. Und ich unterstreiche es immer wieder und ich kriege auch kein Geld dafür. Ich feiere es schon ziemlich. Auch hier nochmal, was hältst du von den neuen Entwicklungen? Warum? Was könnte damit zu tun haben? Es gibt ja Leute, die spekulieren, es ist in der Wüste aufgetreten. Also ist das ein Teaser dafür, dass eine Wüsten-Map auf Bruchköbel entstehen wird. Ich bin mir da gar nicht, noch nicht so sicher. Auch wenn die ein oder anderen Ideen dafür sprechen, aber noch nicht genug, um da jetzt alles an die große Glocke zu hängen. Mein Name ist Binius. Wenn dir das Video gefallen hat, auch wenn es gar nicht so mega lustig ist. Der geht einfach immer. Ich bin einfach nur interessiert an dem, was passiert. Dann lass doch ein Likechen da. Und wenn du richtig Bock hast auf News und Guides und da kommt... News. Nie. Wenn du Bock hast auf Nacktbilder und... Hashtag freudscher Versprecher. Wenn du also Bock hast auf News und Guides, dann lass doch ein Abo da. Jede Woche gibt es was fürs Zwerchfell und was ins Hirnchen. Von Sachen, die du hoffentlich noch nicht wusstest. Ansonsten wünsche ich dir natürlich... Schönsten aller Tage. Genau, den Schönsten aller Tage. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn über dir sich Wolken türmen Und Sniperkugeln hageln dicht Steh wie ein Fort in schweren Stürmen Das sich wohl biegt, doch nicht zerbricht Und wenn im Kampf mit dunkren Mächten Die all und jene Hoffnung schwingt Dann denk das auch in dunklen Nächten Wenn Neos für dich im Outro singt